Bad Santa 2 Die Fortsetzung, auf die wir alle nicht gewartet haben. Warum eigentlich? Kann ich nicht genau sagen. Der erste kam 2003 raus. Ich habe ihn irgendwann damals, also vor bestimmt zwölf Jahren mal gesehen und nichts davon im Kopf behalten, außer eben diesem Bildnis, dass Billy Bob Sondon einen Ganoven spielt, der die meiste Zeit im Weihnachtsmannkostüm herumläuft und einen kleinen Jungen nicht missbraucht, aber eben benutzt für seine Zwecke, dass er bei ihm irgendwie wohnen darf und ihn auch ansonsten an allen Ecken und Enden ausnimmt. Jetzt haben wir ein Sequel, Bad Santa 2 und im Wesentlichen, wenn ich mich richtig erinnere, wie gesagt, so gut wie gar nicht, aber es ist im Grunde inhaltlich ein Neuaufguss des Ersten. In diesem Fall hat man wieder den versoffenen Ganoven Willi gespielt von Billy Bob Sondon, der sich mit ein paar anderen zusammentut und plant, eine Wohltätigkeitsorganisation, die Weihnachtsgelder sammelt, auszunehmen. Der Krimi-Plot, der dahinter steckt, ist dabei aber eigentlich nur Fassade, denn es ist ein 0815-Komödien-Thriller-Plot über einen kleinen, relativ unspektakulären Einbruch. Der Reiz des Films, wenn man es überhaupt einen Reiz nennen möchte, liegt woanders, ich würde sagen, in der Sprache. Denn, wenn man mich fragen würde, wo spielt dieser Film, würde ich sagen, in Chicago. Ich könnte aber auch sagen, in einer Grauzone des menschlichen Verbalekels. Also kurz gesagt, dieser Film schafft es in absolut jedem Dialog und in jedem zweiten Satz und meistens noch öfter, Kraftausdrücke, sexuell Anspielungen oder auch sonstige verbale Entgleisungen unterzubringen. Und man guckt hier im Grunde einen 90-Minuten-Film, in der Menschen nur über Fickensex, Fotze und sonstige Sachen reden. Und das ist schon auf eine gewisse Weise beeindruckend. Jetzt nicht positiv beeindruckend, aber das muss man erstmal hinkriegen. Dazu hat man insbesondere zwei Darsteller, die mich beeindrucken. Das ist zum einen eben Billy Bob Thornton und Cassie Bates. Das sind beides Darsteller, die ich schon in vielschichtigen anderen Rollen gesehen habe. Und hier, sie verkörpern wirklich diese zwei völlig verlotterten, kaputten und hinterfotzigen Figuren mit Leib und Seele. Also ich nehme denen das Ganze völlig ab. Dazu gibt es eben noch den Part, der Junge aus Teil 1, der im ersten acht Jahre alt war, ist jetzt 21 und läuft immer noch wie das pure, naive, Gute hier sinnlos durch die Szenerie und wird in den ganzen Gangster-Part verwickelt. Und ich, wie gesagt, es hätte jetzt eine andere Bedeutung, wenn ich mir nochmal den ersten frisch angesehen hätte und ihn richtig im Kopf hätte. So habe ich 90 Minuten, weniger als 90 Minuten, Film gehabt, die mir kein Stück etwas gegeben haben, auf der anderen Seite aber auch nicht wehgetan haben. Bei mir ist es so, es gibt so einen gewissen Humor, der mich leider, muss ich sagen, erreicht. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, da geht er in eine Unterkunft und da sitzt ein Mann und masturbiert. Und er sagt dann so völlig letagisch zu dem Jungen, setz dich da hinten hin, guck den Typen nicht an, der sich da einen runterholt und guck dir auch nicht den an, der ihm dabei zuschaut. Und irgendwie diese menschlichen Abgründe mit einer solchen Gleichgültigkeit, davon besteht der Film an zahlreichen Stellen. Mich bringt das zumindest zum Lachen, aber trotzdem, also ich bin jetzt leider wieder wie üblich zwischen den Kategorien gefangen, denn für zwei von fünf Punkten auf meiner Skala ist er eigentlich zu gut, drei von fünf ist aber auch nicht wert. Und ich glaube auch, dass dieser Film in den Kinos weder erwartet noch freudig willkommen geheißen wird und dass ihn sich besonders viele angucken. Deswegen können wir ihn letztlich doch bei zwei von fünf Punkten wachsen. Er hat einige sehr gute Gags, also einige verbale Treffer und auch eine Szene, also ich habe ihn mit Uli gesehen, die wollte jetzt aber nicht sonderlich dazu was sagen, aber eine Szene, die sie emotional ziemlich mitgenommen hat. Und den Schluss kann man durchaus als Intro nehmen, nochmal einen Dritten hinterherzuschieben, aber es gibt nicht den geringsten Grund. Es gab auch für diesen hier keinen Grund. Und deswegen, zwei von fünf Punkten kann man auslassen. Wie seht ihr das? Mochtet ihr den ersten? Freut ihr euch über dieses Sequel? Guckt ihr euch das an? Das würde mich interessieren. Lasst mich das doch mal wissen in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr natürlich wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo. Und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.